Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Riesen Consulting. Mein Name ist Matthias Riesen und begleite es in den nächsten Minuten durch unser Videotraining. Heute schauen wir uns mal an, wie wir in Fusion 3D PDFs erstellen können. Diese 3D PDF jetzt hier als Beispiel, die kommt von Inventor heraus. Ist immer ganz interessant zum Kommunizieren mit Kunden, die zum Beispiel kein CAD System haben oder einfach nur das fehlende Fachwissen haben, um ein CAD System bedienen zu können. Man kann aber deswegen auch sehr gut kommunizieren mit dieser 3D PDF. Wie man sieht, man kann die 3D PDF drehen hier. Ich drehe es einmal mit der 3D-Maus. Man kann es aber auch mit gedrückter Maustaste hier drin drehen. Man kann hier sauber die Schnitte reinlegen. Zum Beispiel hier, Querschnitt anzeigen. Dann hat man jetzt hier die Querschnitte von dem Teil. Kann ich auch wieder ausblenden. Eigenschaften kann man auch, Farben vergeben zum Beispiel. Man kann was nachmessen. Man kann hier die Illustration zum Beispiel einstellen. Man kann wirklich extrem viel machen, auch die Beleuchtung. Und was man auch wirklich noch machen kann, man kann mit 3D-Messwerkzeugen hier diese Sachen sauber vermessen. Was haben wir für einen Durchmesser, welche Längen. Man kann Notizen dazufügen im Prinzip. Und das ist echt eine wirklich feine Sache, um mit einem Kunden zu kommunizieren, der kein CAD-System nicht hat. Und das schauen wir uns jetzt einmal an, wie wir das mit Fusion auch machen können. Dazu wechsle ich mal in Fusion rein. Wir müssen hier zu den Werkzeugen, also zu dieser Registerkarte Werkzeuge. Wir müssen in den App Store rein, weil standardmäßig gibt es das bei Fusion nicht, diese 3D-PDF zum Konvertieren. Dann lädt er jetzt in den App Store. Ich stelle die Sprache oben hier auf Deutsch. Und gebe einfach ein hier, da kann man Programm einstellen, weil es gibt mittlerweile bei Fast-Allen-Systemen, es gibt mittlerweile bei All-Allen-Systemen von der Firma Autodesk, einen App Store, wo wirklich ganz, ganz interessante Zusatzprogramme drin sind. Jetzt gehe ich hier auf Fusion und gebe ein 3D-PDF. Diese 3D-PDF hier als Testversion, die laute ich mir jetzt einmal runter. Herunterladen mit der Autodesk-ID, wo Sie zum Beispiel Ihre Software erhalten haben oder registriert haben. Die laute ich runter. Sign in. Und Datei speichern. Ich habe die jetzt schon mal runtergeladen, hier die Datei. Das heißt, ich gehe jetzt auf Abbrechen, Sie müssen auf Datei speichern gehen. Und dann habe ich die drin hier. Ich muss schnell den Explorer. Dann Doppelklick drauf auf diese MSI-Datei. Und jetzt kommt da, Windows 10 kann es nicht ausführen, geht aber, wenn man hingeht, hier weitere Optionen trotzdem ausführen. Dann wird diese Sache installiert. Das ist jetzt nur eine Testversion. Die Vollversion, glaube ich, kostet 99 Dollar. Bei mir wäre ich jetzt nicht sicher, aber das kann wirklich sehr viel. Fusion muss geschlossen sein. Jetzt starte ich Fusion neu. So, jetzt habe ich Fusion neu gestartet. Ich habe auch ein Bauteil geöffnet. Und dieses Bauteil möchte ich jetzt in eine 3D-PDF konvertieren. Dazu ist jetzt hier unter Werkzeuge unser 3D-PDF-Exporter dazugekommen. Das ist das App, das wir gerade installiert haben, dieses Plugin. Jetzt gehen wir mal hier auf die Einstellungen. Und wenn man da den Haken rausnimmt, dann kann man hier einstellen, wie die Auflösung sein sollte. Wenn die Auflösung auf High eingestellt wird, ist natürlich die Speichergröße, also die Dateigröße wesentlich größer als wie bei Low. So, jetzt OK und gehen wir hier auf 3D-PDF und ich vergebe meinen Dateinamen im Basisteil V3. Speicher ist auf dem Desktop ab und schon ist es erstellt. 3D-PDF geöffnet. Bitte auch schauen, dass diese 3D-PDF immer mit dem Adobe Acrobat Reader geöffnet wird. Nicht mit Microsoft Edge Browser. Mit Microsoft Edge Browser gehen nämlich die 3D-PDFs teilweise überhaupt gar nicht. Und wir haben jetzt eine 3D-PDF geöffnet. Hier kommt die Meldung, 3D-Inhalte sind deaktiviert. Müssen wir erst aktivieren. Das heißt, diesem Dokument vertraue ich immer. Und am besten jetzt nochmal reinklicken in das weiße Blatt und schon hat man hier sein 3D-Modell oder seine Baugruppe. Und das kann man mit gedrückter linker Maustaste hier drehen oder mit einer 3D-Maus. Man kann Anmerkungen dazu schreiben. Man kann hier wie gesagt messen, Kommentare, dass er da irgendwie was ändern muss. Muss noch geändert werden. Und so kann man super kommunizieren mit seinem Kunden, ohne dass der Kunde wie gesagt ein CAD-System hat, weil nicht jeder hat Kenntnisse. Dann hoffe ich Ihnen hat das Video wieder gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann kommentieren Sie das Video. Dann lassen Sie uns ein Abo da und klicken Sie auf ein Video, gefällt mir. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.